so jetzt fahren wir durchs weihnachtliche weil der stadt beim kino durch das königstor durch an der vieh trinke vorbei so dann geht es halt weiter durch die gassen von walderstadt richtung richtung marktplatz dann mit dem beleuchteten weihnachtsbaum wie man sieht jetzt hier vor weihnachten sehr viel los hier ist es sonder schön mit den beleuchteten geben wenn man ein herkömmliches bier trinkt, dann klingt das alles zu gluck 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 wenn man dagegen als Alpiersmacher klostervoll genießt, dann hört sich das so an glück glück glück, ein unterschied den man schmeckt glück fläch gebraut Alpiersmacher klostervoll mit dem berühmten Brauwasser aus dem schwarzwald da hinten ist dann noch der beinahmts baum mit exklusiven geschenken zu überraschen